Das ist mein Lieblingszitat. Nicht der stärkste und nicht einmal der intelligenteste Vertreter einer Spezie überlebt, sondern derjenige, der sich am schnellsten einem Wechsel anpasst. Damit habe ich alle meine Schuldenberge nach meinen Vorstellungen und mit viel Lebensqualität entschulden können. Nutzen Sie nicht nur dieses Wissen, sondern auch das Wissen aus, die Macht des Schuldners. Dem Banken und Finanzschernobyl, sei Dank, werden jetzt sogar Schuldner salonfähig. Und das ist auch gut so. Seien Sie besser gewappnet als die professionellen Finanzexperten, die jetzt eine Bank nach der anderen in den Sand setzen und dann hilflos nach dem Staat winseln, damit die redlichen Steuerzahler den Karren aus dem Dreck ziehen. Banausen ohne Wissen und Gewissen langen Ihnen einfach in die Tasche, ohne Sie überhaupt zu fragen. Und keiner, ich sagte keiner, interessiert sich dafür, wie Sie Ihre finanziellen Probleme lösen sollen, die durch diese Vollversager erst mitproduziert werden. Hallo, liebe interessierte Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich bin Wolfgang Rademacher und möchte Ihnen heute dabei helfen, nicht mehr so viel Angst vor Schulden zu haben. Je flexibler Sie auf solche finanziellen schwierigen Situationen reagieren können, desto besser werden Sie jede dieser wirtschaftlichen Herausforderungen überstehen können. Investieren Sie deshalb nicht mehr nur in Aktien, Fonds, Gold oder Immobilien. Investieren Sie lieber in Ihr eigenes Wissen. Denn je mehr Sie wissen, desto selbstbewusster und selbstsicherer können Sie anstehende Geldklemmen entgegentreten. Ich weiß noch gut, als ich über 2,2 Millionen Euro Schulden aufgebaut hatte, dauerte es eine lange Zeit, bis ich diesen Megabatzen wieder los war. Das Wissen darum hatte ich mir noch selber erarbeiten müssen. Und es war eine verdammt harte Schule. Angstschweiß, durchtränktes Bettzeug und schlaflose Nächte waren in dieser Zeit mein ständiger Begleiter. Aber nur, weil mir damals das Know-how zur Lösung meiner ganz persönlichen Bankenkrise nicht zur Verfügung stand. Das kann Ihnen zum Glück nicht passieren, wenn Sie das Wissen nutzen, das Sie in meinem Buch »Die Macht des Schuldners« finden werden. Auf diesen praxisbezogenen Seiten steht all das, was Sie wissen müssen, um Ihre finanziellen Schwierigkeiten mit eigenen Händen bewältigen zu können, ganz ohne Krisengipfel im Weißen Haus. Vor kurzem unterhielt ich mich mit einem Mann, den man gemeinhin als schwerreichen Millionär bezeichnen würde. Allerdings steht sein Vermögen vor allem auf dem Papier. Ihm fehlen die flüssigen Mittel. Doch die einzige Flüssigkeit in seiner Nähe ist das Wasser, das ihm bis zum Hals steht, beziehungsweise die erste Welle hat er schon geschluckt. Ihm sagte ich, interessanter ist es, ein finanzielles Problem ohne Geld zu regeln, als mit Geld. Er zuckte zusammen, war verwundert und fragte mich erstaunt, wie wollen Sie das machen, wenn ständig Rechnungen ins Haus flattern und Sie die nicht bezahlen können? Dass es ganz ohne Geld nicht geht, nun, das weiß ich auch. Aber wie man sich clever verhält, um seine Schuldenprobleme souverän löst. Wenn man keinen müden Cent in der Tasche hat, das ist die Kunst, die Sie in meinem Buch »Die Macht des Schuldners« erfahren werden. Alle Schachzüge, die Sie gegenüber Ihren Gläubigern anwenden können, sind in diesem Ratgeber beschrieben. In einfachen Worten, ohne Fachchinesisch, Schritt für Schritt. Ich zeige Ihnen ganz legale Wege, die Ihnen helfen, sich im finanziellen Bereich wieder Luft zu verschaffen, wenn sich die Schuldenschlinge um Ihren Hals gnadenlos zuzieht. Das Wichtigste in dieser Schuldenphase ist, nehmen Sie Ihr Leben selber in die Hand und dabei wird Ihnen die Macht des Schuldners ein unerlässlicher Ratgeber sein. Immer mehr meiner vielen treuen Leser haben mich gedrängt, doch auch die Macht des Schuldners unbedingt als herunterladbares E-Book anzubeten. So dachte ich mir, warum eigentlich nicht? Die Zeit ist reif dafür. Denn immer mehr Menschen brauchen dieses Wissen, um nicht zu viele Abstriche bei ihrer Lebensqualität zuzulassen zu müssen. Jetzt habe ich auch für Sie ein Paketset erstellt, in dem neben dem eigentlichen Buchinhalt alle Werkzeuge enthalten sind, die Ihnen helfen, Ihre Schulden- und Geldprobleme sogar in der erdrückenden Schuldenphase selbstbewusst und überlegen entgegenzutreten und somit auch zu regeln. Weitere kostenlose Informationen finden Sie auf der Erfolgs-Online. Alles wird gut, wenn Sie das Heft selber in die Hand nehmen, Ihr Wolfgang Grademacher. Und denken Sie daran, niemals aufgeben. Mit dieser blitzartigen geistigen Eingebung, Schulden stehen nur auf dem Papier und liegen nicht vor der Haustür, habe ich mal einem verdutzten Vetter von meinem verstorbenen Vater die Augen über Ansichten eines Schuldners geöffnet. Herzlichen Dank, dass Sie mir zugeschaut haben. Bis bald. Sollte ... ... ... ...